so da suchen wir mal das auto scharf schalten er gibt ein signal ab und nach einer kurzen zeit jetzt ist es scharf und jetzt kommt der einbrecher und will da richtig bei und auf dieser seite genau das gleiche ich mache sie noch mal im scharf der signalton sagt ich bin geschärft und allein das reicht schon und wenn ich jetzt doch mal nochmal bei geht und in jeder sitzt ein eigener alarm und schnell wieder scharf schalten auf das signal warten und fertig ok und